Ja, ich reg mich hier jetzt total auf die Scheiße. Ich will endlich die Drainballs haben. Mein Gott, nee. Das ist doch kacke. Kacke. Das ist doch 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 kacke. Das klappt nicht. Das ist doch kacke. 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 Hier ist auch nix. Chichi ist noch nicht mehr da. Wo kann der denn sein? Da unten waren wir. Da ist noch ein Punkt. Höchstens hier aber. Ich seh da nix. Ich speede mal ein bisschen. Ne, hier ist nix. Geh mir mal links rein. Vielleicht ist das ja ein Bereich. Ah, warte, hier ist noch ein Haus. Ich habe den Schlüssel zu Großvaters Haus. Großvater Gohans Haus nicht. Okay. Kapsel. Woher kommen wir denn hier lang an? Da kommen wir gar nicht rein. Kann das sein. Doch da unten. Ist aber blau. Blau, was war blau? Wie geht da glaube ich? Ja, aber ich speede mal ein bisschen. Weil... Ich hab sonst keinen Bock mehr auf den Scheiß Dragon Balls. Guck mal, das ist das Scheiße hier. Wie geht da? Ja, ich bin 30. Ich bin gerade überprat wo der Dragon Ball sein soll. Warte, wir gehen nochmal auf die Landkarte gehen. Wenn ich die Karte finden würde, da... Die Welt. Gibt's hier nix anderes mehr? Ei, Moment. Ich google das eben. So, da sind wir wieder. Ich hab jetzt gesehen, wie der Mist geht. Und... Ich bin begeistert. Wir wechseln aber erstmal den Charakter auf Vegeta. Dann gehen wir mal da hin. Das war hier oben, wo wir schon mal waren. Da müssen wir den Zugang freimachen. Ähm... Okay. Zwei Eimer um... Ich spiele mal ein bisschen wieder. Ähm... So... Ähm... So... Wie soll denn da drauf kommen, dass es so geht? Äh... So... Da... Oha, Ninja! Ninja! Da kommt noch ein Ninja! Oha, da kommt noch ein Ninja! Die Ninja sind aber mies. Sehr mies. Immer heute im Tier 2. Da kommt noch ein Ninja. ana. Ich bin begeistert. Äh... 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 Zertönt euch hier wieder! Geh mal nach oben und hauen den Ninja zu Borei. Eigentlich müsste wie geht er denn mit EINHIT tot? Man, Ninjas sind nicht da. Also gegen Saiyajins. Dicht hab ich gesehen, aber kriegt trotzdem einer ab. Da oben ist noch einer. Japp. Ich weiß nicht, ob man hier noch den Charakter wechseln kann. Ich hab den Sprechpunkt nicht gesehen. Warte, warte. Mal ein bisschen links. Gut, dass ich auf die Karte jetzt geguckt hab. Ich bin aber hellauf begeistert. Hört man ja meine Stimme. Wieso soll man denn da drauf kommen, dass da ein Dragon Ball ist? Dann siehst du ihn gar nicht. Geh mal nach oben. Rechts. Rechts gehen wir erstmal. Wir müssen in der Charakter wechseln. Und hier werden wir mit Level 30 reingekommen. Na glaub so, lass uns selber nicht dran. Ah, ich bin fast tot. Was soll man das denn hier machen? Wir machen mal ein Safe State. Safe State. Safe. Dann müssen wir irgendwie die Charakter wechseln können. Ha, super. Begeistert wie sonst bin ich mit diesem Spiel-Amsum. Wir wechseln aber direkt mal auf Goku. Ach, können wir ja gar nicht. Wir müssen mit Vegeta da rein. Warum müssen wir denn mit Vegeta da rein? Schon wieder falsch, egal. Speed up! und auch schnell. Hö, ja, die ganze Zeit. Mhm, ja, das Spiel ist abgekalkt. Ehh, Moment. Oh, das Wendelfein er wird. Das Spiel macht mich fertig. Das macht mich einfach fertig. Fertig fix und fertig. Ich weiß noch mal, wie ich hier Charakter wechseln soll, wenn ich da drin bin. Wir geben sooo, sooo, alle freigeschaltet, blablup. Geben zu hoch, wenn da ist jetzt... Wie geht er wann hier bei Goku? Da muss man das Spiel so unnötig in die Länge ziehen, das gibt's doch nicht. So. Unnötig. Boah, ihr Mistviecher. Mistmaden. Ich hab mich hier noch niemals als Superzeuger verwandelt, weil ihr dauernd an meinen Arsch hängt. Da brauchen wir die Superzeuger. Ne, wir sind schneller oder du? Nach oben und Goku 35, ist klar. Puh, die hinterher holen doch einen kaputt. So, hier sind drei... Wasserfischer. Ich bin mal nach oben. Nach links. Oh, wir können speichern. Was ist das hier? Oh, da haben wir was aktiviert. Gehen wir hier raus? Geh kaputt. So. Was ist denn hier? Boah, wenn die durch all meine Mangel haben. So, was ist denn... Oh. Guck mal weg. Du dene, U-Bing? Ja. Super. Ey, was für ne Kacke, ey. Könnt ihr ausrassen? Ach, jetzt können wir die Scheiße machen. Neh, nehm, 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 nehm. Oh, Energie. Ja, und Leben. Aber wie machen wir das denn? Jetzt wechseln wir. Wir wechseln mal auf Gohan. Jetzt kommt die nicht nochmal. Ja, Kami, Kami, Haaa! So, ein Wasserding ist kaputt. Leer, ausgesaugt, oder? Oder haben wir die jetzt nochmal aktiviert? Kami, 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 Haaa! Kami, Kami, Haaa! Boah, wie viel haltet ihr denn aus? Toll. Wie geht es? Wir machen wir mal kurz. Hier haben wir in der Oubel? Oh. Au, 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 Au! fhhh buph weg 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 links hoch links hoch links hoch links hoch na porc! Fickdich doch du scheiß Kackspiel Was hab ich jetzt laut gesagt, mir ist das Spiel scheißegal. Das Spiel regt doch so einen auf. Kann man so ne scheiße bauen. Das ist ja Hardcore Gaming Stufe 1, ey. Mich regt die Scheiße langsam so auf, weil ich muss Gott nicht mehr an. Oh, das wurde so einfach die Spiele, ich weiß es nicht. Ja, wir speeden mal ein bisschen. Bock mehr, ey. Oh, Scheiße. Dieses Rückprallerei, boah. Oh. Also, Saiyajin Kellner. Vereins, Magdele. So. Oh, ja. Ich hab' Response, nein. Ich hab' gern noch etwas geschossen. Was muss ich denn das machen? Tschüss. 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 Wir wechseln den Charakter, wie gesagt. Einer, der noch Leben hat. Dass man das hier vorankommt, ey. Gohan. Ich frage mich aber, warum die Wasserspelle noch alle aktiv sind. Da stehe ich gerade eine Höhe rum. Da stehe ich gerade nicht. Warum? Ach man. Oh man. Ich probiere das noch mal morgen. Ciao, ciao Leute. Bis morgen. Zum nächsten Part. Oder scheiße. Bis zum nächsten Part.